Seit wenigen Minuten ist es offiziell. RTL will rechtlich alle Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen den Schlagerbaden Michael Wendler vorzugehen. Eigentlich sollte Michael Wendler der Star von RTL werden. Es war vereinbart, dass er in der Jury von DSDS sitzt, seine Hochzeit sollte übertragen werden. Weitere Shows waren geplant und jetzt das alles kaputt. Und der Wendler hat es möglicherweise selbst kaputt gemacht durch ein Instagram-Video, was er gestern veröffentlicht hat. Darin beendet er die Kooperation von RTL und gibt an, das Ganze sei geschehen, weil wir in Deutschland bald sowieso alle ein Problem hätten und hier nicht mehr leben könnten. Deutschland quasi dem Untergang geweiht sei, das jedenfalls erzählt er seinem Manager. Und hinter allem würde die Bundesregierung stecken und auch unter anderem RTL. Kaufland hat sofort reagiert, einen gut angelaufenen Werbespot sofort wieder aus dem Programm genommen. Und nach Aussage des Managers von Michael Wendler sind jetzt viele Werbeverträge schon zurückgezogen worden. Beziehungsweise die Werbepartner sagen jetzt, das geht doch gar nicht. Ich selbst habe mich gestern live in der Oliver-Pocher-Show gefährlich ehrlich dazu geäußert. Das war keine Comedy-Show gestern, sondern ein Spezial aus Köln und dort wurde eben diese Situation rund um den Wendler und diesen kuriosen Ausstieg erörtert. Das wiederum hat mir Kritik eingebracht von Teilen meiner Community. Ihr habt gesagt, ich mag den Pocher nicht, ich mag den Wendler nicht. Wieso kannst du dich dazu äußern und ich mag RTL nicht? Wieso trittst du bei RTL auf? Ich kann euch eins sagen, liebe Leute, als Medienanwalt kann es durchaus sinnvoll sein, sich mit Werbeverträgen auseinanderzusetzen, sich mit Moderationsverträgen auseinanderzusetzen, denn das ist nun mal mein täglich Brot. Wie es um den Wendler steht, um seine Hochzeit mit Laura, um die vielen Werbeverträge, ob er sich möglicherweise sogar strafbar gemacht hat, wie der Wendler mit Attila Hildmann und Xavier Naidoo zusammenhängt. All das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Wenn euch Rechtsthemen interessieren und vielleicht auch der Fall Wendler, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es ein Follow-up gibt. Doch bevor es das Follow-up gibt, schauen wir noch einmal kurz zurück. Kurz zurück auf das, was gestern Abend passiert ist. Ich selbst war eingeladen in der Show, sehr kurzfristig angesetzt von Oliver Pocher. Aber da ging es in gefährlich ehrlich darum, dass mich gefragt wurde, wie es denn zu werten ist, dass der Wendler plötzlich alle seine Verträge niedergelegt hat mit RTL. Schauen wir einmal rein. Christian Solmecke, kleinen Applaus bitte. Anwalt im Medienrecht. Wer uns vielleicht mal ganz kurz erklären kann mit einem Satz. Also ihr seht jetzt links Oliver Pocher. Rechts ist der Manager von Michael Wendler, der auch einen Hammerjob gestern gemacht hat. Und wirklich nüchtern und ehrlich erzählt hat, wie das ausgegangen ist. Und ich selbst habe gestern in der Show gesagt, dass ich der Meinung bin, dass der Wendler hier einfach mal so vertragsbrüchig geworden ist und da natürlich jetzt Schadensersatzansprüche auf ihn zu rollen. Das möchte ich euch jetzt genauer erklären. Sondern in der Fernsehshow hat man natürlich nur mal ein bisschen Zeit. Jetzt will ich euch im Detail erklären, was der Wendler getan hat. Und was jetzt wiederum dazu führte, dass er von der Gesellschaft und den Vertragspartnern so geächtet wird. Ich habe jetzt auch schon wiederum gelesen, oh je, wie kann man den Wendler nur als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, als Aluhutträger bezeichnen. Er hat doch einfach nur eine andere Meinung. Er glaubt, die Corona-Pandemie gibt es nicht. Lass ihm doch den glauben. Er glaubt, die Bundesregierung hat das ganze Chaos verursacht. Lass ihm doch dem glauben. Und da möchte ich euch fragen, muss man das tun? Muss man diesen Leuten ihren Glauben lassen? Oder sollte man da nicht jetzt mal langsam gegenhalten und sagen, doch, Corona ist sehr, sehr ehrlich. Ich habe dort Postings gesehen von 18-Jährigen, die wirklich kerngesund waren und gesagt haben, sie dachten, sie sterben durch Corona. Und dann kommen wieder andere und sagen, ja, sterben kann man durch alles Mögliche. So schlimm ist Corona nicht. Und da ist halt die Frage, muss man da nicht mal seine Meinung kundtun? Der Meinung bin ich erstens sowieso als Mensch. Und zweitens, als Medienrechtler muss es mir ja wohl gestattet sein, einmal die Thematik genauer zu beleuchten, wie solche Medienverträge aufgebaut sind und ob man da mal so eben aussteigen kann. Ob man mal eben sagen kann, edgy-begy, ich habe jetzt 14 Folgen oder was weiß ich schon gedreht der Castings, aber jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich keine Lust mehr, Juror zu sein. Denn das muss einem ja gestattet sein als Anwalt, ohne dass die Community dann droht, hey, D-Abo soll, Mecke, D-Abo. Und da denke ich mir auch so, solche Abos braucht man dann vielleicht auch gar nicht. Die sagen, bei der kleinsten Kontroverse sagen, ich will damit nichts zu tun haben, du musst so gleichgeschaltet sein, wie ich denke. Natürlich akzeptiere ich eure Meinung dazu und die soll ja auch unten in den Kommentaren deutlich rauskommen, aber auch ich habe meine Meinung und nutze den Kanal natürlich auch, um Meinung zu verbreiten. Gehen wir also mal die juristischen Steps, Step by Step auch wirklich durch. Erstens, Wendlers freiwilliges DSDS aus. Ja, also da geht es um die Frage, konnte Michael Wendler mal eben so bei Instagram sagen, es ist aus. Schauen wir uns das mal an, wie er das gestern gemacht hat, wie er gesagt hat, es ist jetzt alles aus. Gestern bei Instagram seine Story. Good morning in the morning, ich bin Micha Wendler. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Komponist und Texter, habe hunderte von Werken geschrieben und seit über 20 Jahren in der Musik- und TV-Branche. Aktuell bin ich Juror in der RTL-Show DSDS. So, da sagt er, wer noch Juror? Und ich möchte jetzt und hier eine Mitteilung bekannter. Und jetzt legt er den Juror und Job nieder. An der Teilnahme der DSDS-Show als Juror, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. RTL hat damit nichts zu tun, nur er hat damit nichts zu tun. Er steigt aus, da gehen wir gleich drauf ein, ob das geht. Jetzt kommen die Gründe. Angeblich erleugnet Corona. Liest das aber irgendwo ab. Es gibt nicht zwei allein. Das mache ich nicht nur allein, sondern auch zahlreiche Mitstreiter. Jetzt geht er auf irgendwelche mit, aber das ist natürlich jetzt alles. Jetzt weißt du auf seinen Telegram-Account hin. Er sagt jetzt, Facebook ist zensiert, aber geht ihr auf seinen Telegram-Account. Werdet ihr merken, er nimmt wieder YouTube-Videos und postet die auf Telegram. Und jetzt wirbt er eben für seinen Telegram-Account und sagt, er kommt zu Telegram. Also er sagt, er sagt hier ganz klar, dass diese ganze Geschichte gefaked ist von der Bundesregierung, es Corona nicht gibt. Dieter Bohlen hat darauf auch reagiert gestern. Hören wir das jetzt hier? Ne, höre ich jetzt hier gerade keinen Ton. Und macht natürlich da seine Witzchen zu. Das war ja, das war ja klar, dass er das entsprechend so gesagt hat. Das war das Aus gestern, das er erklärt hat über seinen Instagram-Account. Und das war sicherlich nicht nur das Aus seiner Karriere, sondern das Aus für vieles bei Michael Wendler. Die Frage ist natürlich, kann er überhaupt sagen, dass man so einfach ausstieg? Erstmal aus dem Dschungelcamp ist er ausgestiegen seinerzeit. Das ging ja vielleicht noch relativ easy. Er kam zu spät zu einer Pressekonferenz, DSDS-Pressekonferenz am 25. September. Auch das kann man vielleicht noch verzeihen. Er fehlte nachher bei Dreharbeiten. Sowas kann alles Probleme auslösen. Aber jetzt sagt er, ich steige aus. Was gilt denn da rechtlich? Und das wollen wir uns mal anschauen. Kann ein Moderator wie Michael Wendler, egal ob ihr den jetzt gut findet oder nicht, nehmt einen guten Moderator, wenn ihr den wollt. Ich möchte hier einfach nur mal analysieren und gestattet mir das bitte, ob man das so einfach machen kann, ohne dass das Konsequenzen hat. Kann man einfach, weil man einen Sinneswandel hatte und glaubte jetzt plötzlich, Corona gibt es nicht mehr, die Regierung und RTL sind an allem, was auch immer, schuld. Und deswegen will ich keine Verträge mehr mit denen haben. Geht so etwas so einfach in einem Rechtsstaat? Und da sind wir ja immer noch, bitteschön, in Deutschland. Nein, das geht natürlich nicht. Pacta sunt servanda heißt es so schön im ersten Semester Jura. Verträge sind einzuhalten. Das gilt natürlich auch für Michael Wendler. DSDS-Folgen sind schon produziert worden. Ein Image-Schaden sondergleichen ist für RTL entstanden. Und es ist fraglich, ob seine fristlose Kündigung, die er jetzt hiermit erklärt hat, überhaupt wirksam war. Und da sage ich, nein. Denn er bräuchte einen wichtigen Grund. Er selbst ist der festen Überzeugung, einen wichtigen Grund für seine fristlose Kündigung gefunden zu haben, weil nämlich in seiner Theorie die Bundesregierung grobe Fehler gemacht hat und gegen Verfassung und Grundgesetz verstoßen hat. Ja, also auch das ist natürlich Quatsch. Es gibt keine Verfassung und das Grundgesetz, aber das ist sozusagen das, was die Verschwörungstheoretiker, habe ich schon mal ein eigenes Video dazu gemacht, der Glauben, dass es immer noch keine, dass die Bundesrepublik Deutschland an der GmbH sei und so weiter, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und sagt jetzt, RTL sei von der Regierung politisch gesteuert worden und das sei ein wichtiger Grund. Naja, und da muss man natürlich sagen, das müsste er nachweisen, diesen wichtigen Grund. Er müsste diese politische Steuerung von RTL nachweisen. Er müsste nachweisen, dass er das Vorvertragsschluss nicht wusste. Wir brauchen gar nicht hier weiter diskutieren. Wir haben ein Rechtssystem in Deutschland, was die Einflussnahme der Politik auf dem Fernsehsender deutlich regelt und da ist RTL genauso reguliert wie alle anderen. Und man kann jetzt nicht sagen, die Bundesregierung würde RTL steuern. Und für mich, ehrlicherweise, ist das einfach nur kruder Quatsch, den er da redet und völlig unbewiesen. Er liest das von irgendeinem Zettel ab. Sein Manager hat mir gestern in der Show gesagt, er hätte in der Nacht noch stundenlang mit Attila Hildmann telefoniert und das hätte jetzt endgültig dazu geführt, dass er der Meinung wäre, dass die Bundesregierung an allem, an was auch immer, schuld wäre. Also, meines Erachtens, dieser plötzliche Sinneswandel hin zu, ich muss es so deutlich sagen, abstrusesten Verschwörungstheorien, die er hier verbreitet. Corona gibt es nicht. 207.000 Menschen allein in den USA dran gestorben, wird alles negiert. Er selbst fühlt sich jetzt sicherer in den USA als in Deutschland. Alles für mich der Wahnsinn, wissenschaftlich nicht fundiert, nicht bewiesen. Ich muss nicht näher darauf eingehen. Ich weiß, unten in den Kommentaren werden die Verschwörungstheoretiker jetzt wieder auflaufen. Ich selbst bin der festen Überzeugung, ich habe Leute kennengelernt, die Corona hatten, die mir erzählt haben, was sie da durchgemacht haben. Natürlich ist auch eine Grippe schlimm und es wäre auch schön, wenn man würde jede Grippe. Aber ich rede mich schon wieder in Rage. Fakt ist jedenfalls, wir wollen beim Wendler bleiben. Und der Wendler, selbst wenn er glaubte, dass Corona hier so schlimm ist, hatte er keine Möglichkeit, deswegen den RTL-Vertrag zu kündigen. Nummer zwei, warum der Wendler jetzt möglicherweise Probleme bekommen könnte, ist der Deal mit Kaufland. Er hatte seinen Song Egal anders aufgenommen für Kaufland. Und wir hören uns mal rein, was er da mit denen im Video gemacht hat. Es ist richtig gut gefeiert worden erst, aber dann endete gestern doch alles ganz anders. Hören wir mal rein in den Deal mit Kaufland. Ja, also eigentlich ein relativ witziger Spot, selbst wenn hier unten bei YouTube halbe halbe das Ganze angekommen ist. Also Kaufland hat sofort reagiert und hat gesagt, das nehmen wir sofort runter. Man sieht jetzt hier gleich eine Reaktion von Kaufland. Die haben also sofort gesagt, wir wollen mit dem Wendler nichts mehr zu tun haben. Der Spot war gerade erst einen Tag angelaufen. Und sofort stoppt Kaufland die ganze erfolgreiche Kooperation wieder. Wendler, man sieht jetzt hier, sieht aus wie ein April-Schatz. Hier, Kaufland sagt, bei unserem Video mit Wendler ging es um Spaß und Ironie. Die Grenze ist erreicht, wenn mit der Sicherheit und Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht und distanzieren uns von seinen Aussagen. Nicht egal. Und das jetzt schon unmittelbar nach dem Video. Man sieht jetzt hier, Wendler Gates ist auch eins der Twitter-Trends am heutigen Tage. Ein recht relativ bekannter, also vielen in Deutschland immer etwas bekannter, Schlager-Star-Bade-Sänger, der eben plötzlich so von einer Sekunde auf die andere umkippt, seine gesamte Existenz hinwirft und sagt, dass man tatsächlich hier keine Pandemie hat. Corona-Leugner eben. Und dann sieht man hier natürlich, super, danke, Kaufland. Corona-Leugner, hilflose, professionell, konsequent reagiert von Kaufland. Man kann vom Wendler halten, was man möchte. Über den Spot habe ich gelacht. Hat allen Beteiligten Spaß gemacht. Wer hätte ahnen können, dass der Mann Stunden später seine Karriere nuklear zerstören will. Danke für klare Statement. Gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien und wissenschaftlichen Unsinn nicht egal. Also ziemlich deutlich äußert sich hier auch Kaufland gegen Verschwörungstheorien. Und hier viele auf der Seite von Kaufland, muss man hier wohl so sagen, die sich da aussprechen. Kaufland hofft gerade, dass es nur ein Scherz von Pocher ist. Aber Kaufland hat entsprechend natürlich reagiert. Und manche hatten natürlich dann auch Mitleid mit Kaufland. Was ist also mit dem Kaufland-Werbedeal? Ich glaube, ein Viertelmillion soll er dafür bekommen haben. Hier sieht es meines Erachtens so aus, dass die Gage futz sein dürfte. Denn für mich ist die Geschäftsgrundlage dieses Werbevertrages auch gewesen, dass mit dem Wendler ein grundsätzlich in gewissen Kreisen positives Image verbunden war. Er hat zwar unwahrscheinlich polarisiert. Viele von euch hassen den Wendler. Manche von euch lieben den Wendler. Aber er hatte ein, sagen wir mal nicht, kein böses Image oder kein gefährdendes Image. Und jetzt kam es zu einem Imagewandel und er ruft mir an einigen Stellen dazu auf, man soll es mit den Masken weglassen, Corona gibt es nicht und wird zum Corona-Leugner. Und er gefährdet damit die Gesundheit vieler Menschen. So wie das auch lange Zeit Donald Trump getan hat, die Gesundheit vieler Menschen gefährdet hat. Und so würde wahrscheinlich Kaufland niemals Werbung mit Donald Trump machen, weil die wüssten, was er für ein Image hat und anheftet. Bei Wendler gab es dieses Image bis gestern noch gar nicht. Durch plötzlich einer auf den anderen Tag Imagewandel und meines Erachtens ist dieses, naja, grundsätzlich, muss man sagen, positive Image, kann man darüber diskutieren, ihr mögt den ein oder anderen nicht. Aber von der Grundtendenz her war der ein Sänger, ob gut oder schlecht, der ist nicht ein Sänger, der lustig war, Witzchen gemacht hat. Das war bis gestern der Fall. Also das war eine Figur, wo sich zumindest Kaufland überlegt hat, bei allem, wie der Wendler polarisiert, den kann man nehmen. Das ist in Ordnung, das passt zu unserem Image. Wir sind, Kaufland ist vielleicht fürs Volk da, der Wendler ist auch fürs Volk da, das passt schon in etwa. So, und dieses Image hat sich gestern gedreht und meines Erachtens ist damit die Geschäftsgrundlage weggefallen. Deswegen ist für meine Begriffe erstens der Vertrag futsch, die Gage dürfte er nicht mehr kriegen. Und natürlich muss man sagen, er müsste auch Schäden, das war ein dreitägiger Videodreh, dessen Schäden in sechsstelliger Höhe, die könnte Kaufland meines Erachtens vom Wendler auch fordern. Gehe ich auch davon aus, dass die das jetzt tun werden, plus Image-Schaden. Selbst wenn Kaufland sich jetzt distanziert hat von dem Video, ist das doch total blöde für Kaufland, dass man jetzt sagt, mit wem haben die sich denn da letztlich eingelassen? Schwieriger wird es schon eher, dass auch Laura Müller ihre Gage zurückgeben muss. Man sei jetzt gerade, sie saß da in diesem kurzen Clip, den ich gezeigt habe, auf dem Mais obendrauf. Ja, also sie ist halt nur die, nur in Anführungsstrichen, die Frau vom Wendler. Was hat sie sich zu Schulden kommen lassen? Meines Erachtens nichts. Also Wendler-Verträge sind betroffen. Verträge, die nur mit Laura Müller und Wendler klappen, schon wieder schwieriger. Bei Laura sehe ich eher das Problem, dass sie für die Zukunft von diesem negativen Image, was der Wendler jetzt von einem auf den anderen Tag bekommen hat, auch Schwierigkeiten haben wird, an neue Verträge ranzukommen. Laufende Verträge aufgrund Basis ihrer eigenen Influencer-Tätigkeit dürften meines Erachtens nicht betroffen sein. Das sehe ich ehrlicherweise keine Gründe für. Jetzt kann der eine oder andere auch sagen, wieso, der Wendler hat doch alles erbracht. Er hat doch seinen Vertrag erfüllt. Er hat doch das Video abgedeckt. Er muss auch die Gage bekommen. Ja, aber in den Verträgen geht es eben nicht nur darum, dass man ein Video dreht, sondern auch, dass man ein gewisses Image verkörpert oder dass man sich geschäftsschädigend verhält nach dem Videodreh. Und das ist auch noch Teil der Vertragserfüllung. Ich meine, da hat der Wendler seinen Vertrag nicht erfüllt. Und man muss auch sagen, jetzt könnte ja wieder der Einhander kommen, wieso ist alles meinungsfrei. Klar kann man seine Meinung äußern, aber wenn man so krass Theorien in diese Welt setzt, die gegen alles, was wissenschaftlich aktuell auf dem Tisch liegt und fundiert ist, gehen, dann kann man auch nicht mehr davon reden, dass man hier noch seine Meinung kundtut. Und man verbreitet einfach Unwahrheiten. Corona zu leugnen ist eine Unwahrheit, die hier gerade verbreitet wird. Das muss man einfach sagen. Es gibt Corona in der Bevölkerung und zwar nicht zu knapp. Und das ist auch schlimmer als jede Grippe. Da könnt ihr also höchstwahrscheinlich 99,9 Prozent der Ärzte fragen. Unten wird es jetzt in meinen Kommentaren wieder Zitate geben von einem oder anderen Arzt, der was anderes sagt. Aber die große, große Mehrheit sagt, dass das eine sehr, sehr schlimme Krankheit ist und die auch viel gefährlicher ist als die Grippe. Dafür gibt es auch Anhaltspunkte. Macht sich also der Wendler strafbar, wenn er solche Theorien verbreitet? Denn wie ihr vielleicht wisst, ist gegen Attila Hildmann jetzt ein Verfahren, ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet worden. 130 Strafgesetzbuch heißt dazu, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassistische, religiöse oder ethnische Herkunft bestimmte Gruppe hetzt, wird mit einer Freistrafform bis zu drei Monaten oder fünf Jahren bestraft. Das ist das, was Attila Hildmann droht. Aber da muss man auch sagen, bei Hildmann ging es um antisemitische Aussagen. Wir haben also sehr ins rechte Spektrum abgerutscht, weswegen man hier jetzt Volksverhetzungsvorwürfe gegen Hildmann hat und gegen Hildmann ermittelt. Das ist beim Wendler-Video jetzt nicht der Fall gewesen. Da gab es keine einzelnen Bevölkerungsgruppen. Da gibt es halt RTL, über die er abzieht, beziehungsweise die gesamte Medienlandschaft kennen wir auch von vielen Verschwörungstheoretikern. Und die Bundesregierung, also insofern keine Straftat, möglicherweise eine andere Ahndungsmöglichkeit, 118 Ordnungswidrigkeiten-Gesetz. Da geht es um seine Aussage, ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen Verfassung und Grundgesetz vor. Und 118 O-Wig ist Belästigung der Öffentlichkeit. Das ist mit einer Geldbuße notiert. Da geht es darum, wer Falschnachrichten lanciert, um damit die Allgemeinheit zu verunsichern oder zu stören, kann mit einer Geldbuße überzogen werden. Aber die ist ehrlicherweise nur 1.000 Euro maximal hoch. Insofern wundert es mich nicht, dass da kaum eine Bußgeldbehörde einschaltet. Und normalerweise muss der Betroffene auch wissen, dass er hier eine Falschnachricht verbreitet. Bei einer Bombendrohung ist das der Fall. Wenn ich allerdings jetzt hier Unsinn verbreite, den ich selbst glaube, und das scheint mir bei Wendler ja wirklich der Fall zu sein, kann man nicht gerade sagen, dass er hier bewusst eine falsche Tatsache verbreitet. Ich befürchte eher, er glaubt das, was er dort sagt. Sprich, ein juristisches Vorgehen gegen die Fake News, die er verbreitet, das wird nicht besonders erfolgversprechend sein. Ach ja, und dann ist da noch der Telegram-Kanal. Können wir auch noch kurz darauf eingehen. Der Wendler hat gesagt, folgt mir jetzt auf Telegram. Und die Bild-Zeitung hat das hier mal dargestellt. Da gab es diesen Telegram-Kanal, der hat Michael Wendler offiziell mit einem grünen Haken. Sage ich gleich was zu dran. Und hier noch einmal, Michael Wendler offiziell hatte erst keinen Haken jetzt auch. Also zwei nahezu identische Accounts, wobei der obere gestern Abend noch mehr hat als der untere. Was war da wieder der Fall? Viele Medien haben sich auf den oberen berufen und dachten, Michael Wendler postet dort. War er aber gar nicht da, war der Comedian Udo Mönstrup. Den kennen andere, manche vielleicht noch vom Promi Big Brother. Und der hatte offenbar das für besonders lustig gefunden, für noch mehr Verwirrung zu sorgen. Und dann entsprechend hier so ein Kanal, Michael Wendler mit so einem grünen Emoji-Haken. Das war ja nur so ein Emoji-Haken, war ja keine Verifizierung dann zu veröffentlichen. Das veröffentlichen daraufhin fielen dann auch noch Fernsehsender ein und dachten, Wendler hätte was gepostet, was der Wendler gar nicht war. Damit war das Chaos natürlich gestern maximal perfekt. Abschließend möchte ich dazu nun auch eins sagen. Ob man den Wendler gut findet oder nicht, scheißegal. Ob man den Pocher gut findet oder nicht, scheißegal. Trotzdem, Leute, das was da gerade an Verschwörungstheorien, gerade bezogen auf die Corona-Pandemie rasenderweise, gerade auch beim Entertainment-Sektor, Hildmann, Naidu, Wendler aufkommt, finde ich persönlich erschreckend. Und ja, auch ein Anwalt kann mal seine persönliche Meinung sagen. Es muss nicht immer neutral sein. Das habe ich am Anfang deutlich gesagt, dass hier auch persönliche Meinung kommt. Manchmal berichte ich nur über Urteile. Jetzt kommen auch Wertungen und das erschreckt mich schon, wenn meiner Meinung nach Leute, die nicht ganz unklever sind, zumindest wirtschaftlich es zu einem gewissen Erfolg gebracht haben, ihre gesamte wirtschaftlichen Erfolge ruinieren. Einfach nur um ihre Ideologien, die aus meiner Sicht durch nichts von dir dargestellt worden sind, wiederum zerstören. Das ist das, was mich wahrlich beunruhigt und wo ich hoffe, dass einfach die Mehrheit der Menschen in Deutschland die Ruhe bewahrt. Obwohl es jetzt nochmal heftiger wird, die Corona-Zahlen sind in die Höhe geschossen, die Beschränkungen in den Großstädten vor allen Dingen werden zunehmen und durch das schlechte Wetter draußen, durch die Kälte, die Dunkelheit, werden alle vielleicht noch einen Tacken mieser drauf sein. Und da kann ich nur hoffen und an euch bitte appellieren, behaltet alle die Nerven. Wir werden da schon durchkommen. Wir werden entsprechende Antimittel, auch wenn es noch dauern kann, finden und dann auch entsprechend in der Bevölkerung verteilen. Aber bis dahin bitte alle die Nerven behalten und mich bitte schön meinen Job machen lassen und einfach mal beurteilen lassen, wie das ist in der Medienbranche, wenn man Verträge bricht, dass das Ganze Millionen Schäden auslösen kann, Schadenersatzansprüche ausfüllen kann und dass man auch Werbeverträge nicht so einiges einfach so platzen lassen kann. Das ist mein täglicher Job. Ich entwerfe solche Verträge, ich schaue mir die Verträge aber auch an. Das ist natürlich die Tätigkeit eines Medienanwalts. Ich habe euch hier noch zwei Videos vorbereitet für diejenigen, die jetzt nicht unten in die Kommentare stürmen. Daher wird es garantiert gleich hoch hergehen, da bin ich mir sicher. Morgen seht ihr mich auf diesem Kanal schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt. Tschüss und bis dahin.